Seid gegrüßt, mein Name ist Wulf Mangan und heute gibt es ein kleines Wulf News Spezial zur aktuellen Situation auf meinem Kanal. Denn ich möchte gerne von euch wissen, ob ihr noch weiteren Content von The Elder Scrolls Online sehen möchtet. Momentan wird das Ganze ja nicht so angeschaut. Daher könnt ihr jetzt abstimmen. Oben in der rechten Ecke ploppt jetzt ein Infofenster auf bzw. ein Infobutton, wo ihr kurz draufklicken könnt. Und dann kommt ihr auch zur Abstimmung. Ich bin schon auf das Ergebnis gespannt. Ihr habt die Möglichkeit bis zum 07.07.2017 abzustimmen. Bis zu diesem Zeitpunkt wird es auch kein The Elder Scrolls Online geben. Ob danach noch was kommt, das liegt an euch. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Gehabt euch wohl. Euer Wulf Mangan